Feuer! Ja, Türme besetzen, Leute. Wir haben einmal weniger hier drin, ne, jetzt? Stimmt, Freaky fehlt uns. Freaky feuert ihr drauf. Das ist ein Stück raus. Wir hatten wieder eine Karak und haben da einen Trocken, das heißt. Ja, den Trocken, ich weiß nicht. Da liegt ja mal raus. Na, ihr macht das schon. Ja. Dadurch setzen wir das mal besser. Kannst du noch mal gehen? Na ja, leider nicht. Ich konnte nicht reparieren. Ja. Ich will ein bisschen spazieren. Sehr gut im Schuss, ey. Okay. Und da haben wir liegen bleiben. Ja, aber nicht. Nein, nein, nein. Echt, okay? Ja, also ich kann. Dann kannst du meistens sogar nochmal hochlaufen, Karika. Eigentlich gibt es, wenn du nicht durfst, keine Stelle, wo du nicht wieder hochlaufen kannst. Außer du hängst dann irgendwas drin in so einem Stein. Wenn die Karika ist es, da kannst du mit großen Blöden leuchten. Blauer Flares? Könnt ich eigentlich treffen, wenn ich so fliege, Leute? Geht her. Geil, hier leuchtet es nicht. Jetzt sind die hinteren Schilde von denen weg. Ich glaub, die müssen schnell flüchten. Das war's für die ganze Crew. Alle im Knast. Ich hab von der Karika aus... Knasties. Ah, Leute. Geburtstagsparty Knast. Ich hab von der Karika aus... mit drauf geschossen. Echt? Okay, sehr gut. Ach, Leute. So, ähm, hast du jetzt Zuwachs dort unten, Solti, oder nicht? Wir gucken schlimm. Irgendeiner ist ja mit mir unterwegs. Ich weiß nur noch nie, ob das jetzt der Aldo ist oder nie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.